Damit darf ich die Anja Schwind vorstellen, für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Die Anja Schwind wird uns durch den heutigen Abend führen. Sie hat die Moderation des heutigen Abends über. Die Anja unterstützt uns als Beirat in der Digital Society. Der Beirat ist unser Expertengremium, das wir im Verein haben und hauptberuflich ist sie HR-Managerin bei der Firma ADAC Beverage und Anja kann sich sicher uns noch ein paar Dinge über sich erzählen und stellt dann auch Diskutantinnen und Diskutanten vor. Ich werde mich am Schluss der Diskussion noch einmal mit ein paar weiterführenden Meldungen dann melden, wenn wir am Ende der Diskussion angelangt sind. Damit darf ich an die Anja übergeben. Herzlichen Dank, dass du die Moderation übernommen hast und ich wünsche einen spannenden und informativen Abend. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Herzlich willkommen zu dieser sehr interessanten Veranstaltung, zu einem sehr interessanten Thema. Ja, kurz zu mir. Der Werner Innesinger hat es schon gesagt. Ich bin Beirätin in der Digital Society, aber hauptberuflich HR-Managerin, zuständig für Österreich und Schweiz bei der ADAC Group. ADAC Group wird Ihnen wahrscheinlich wenig sagen. Die Produkte kennen Sie alle. Einer der weltgrößten Getränkedosenhersteller weltweit. Ja, vorher war ich eigentlich auch immer in Großkonzernen im HR-Management tätig, kenne das Thema New Work, also von unterschiedlichen Unternehmenskulturen, unterschiedlichen Perspektiven. Ganz, ganz spannend. Ja, spannend ist auch sicherlich unsere sehr hochkarätige Diskutantenrunde heute. Da würde ich Sie gleich bitten, nachdem ich Sie kurz vorgestellt habe, sich auch noch mal ein wenig detaillierter vorzustellen. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen. Die Frau Julia Schitter von der Industriellenvereinigung, auch herzlich willkommen bei uns. Den Herrn Rolf Gleisner von der Wirtschaftskammer Österreich, herzlich willkommen. Den Herrn Christian Korunka von der Fakultät für Psychologie der Universität Wien. Schön, dass Sie bei uns sind. Und Herrn Stefan Kühteubel von der Kanzlei Schönherr. Ja, ich würde Sie bitten, sich noch mal kurz vorzustellen. Gehen wir vielleicht auch in der Reihenfolge durch. Herr Sollack, darf ich Sie dann zunächst bitten, sich vorzustellen? Sie sind noch aufs Nude. Jeder muss dann noch sein Mikrofon aktivieren. Ja, danke für den Hinweis. Im Übrigen auch bei uns im Konzern in der 1, glaube ich, der meistgesagte Satz in den letzten Wochen. You're on mute. Passiert hoffentlich nicht mehr, aber ein netter Einstieg. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Sollack. Ich bin der Betriebsratsvorsitzende im a1 Telekom-Australik-Konzern in der Holding. Die 1, glaube ich, braucht man nicht groß vorstellen. Ich hoffe jedenfalls, dass sehr, sehr viele, die hier heute teilnehmen an der Diskussion und auch bei den Zuschauern über eine 1-Leitung zugeschaltet sind. Also wir sind natürlich einer der größten oder der größte Telekommunikationsbetrieb in Österreich mit knapp 8.000 Mitarbeitern in Österreich und international, vor allem in Osteuropa, auch tätig und in Summe 19.000 Mitarbeitern. Wie gesagt, ich bin der Betriebsratsvorsitzende in der Holding seit zehn Jahren mittlerweile, bin auch Generalsekretär unseres europäischen Betriebsrats und demzufolge auch sehr intensiv in Kontakt mit unseren Kolleginnen aus Bulgarien, Kroatien, Slowenien, Serbien, also aus dem ganzen osteuropäischen Gebiet. Und das Thema New Work und digitale Transformation und die Veränderung der Arbeitsformen beschäftigt uns sehr intensiv, aber nicht erst seit Corona schon, sondern schon viel früher, weil es ist ja ein Prozess, der natürlich durch Corona beschleunigt wurde, aber schon viel früher eingesetzt hat. Und ich freue mich schon auf die Diskussion heute. Herzlichen Dank. Frau Schitter, darf ich Sie dann bitten? Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin bei uns hier im Haus in der Industriellenvereinigung im Bereich Arbeitssoziales Gesundheit tätig, bin stellvertretende Bereichsleiterin und wir beleuchten das Thema New Work natürlich vor allem von einer sozialpolitischen Seite. Wir sind als Industriellenvereinigung die Interessensvertretung für die heimische Industrie, für die Produktion vordergründig und auch bei uns sozusagen kann ich bestätigen, was mein Vorredner schon gesagt hat. Das Thema neue Arbeitsformen, neue Arbeitsweisen ist kein neues Phänomen. Das haben wir nicht erst durch Corona kennengelernt, sondern es hat sich wahrscheinlich durch Corona das eine oder andere beschleunigt. Aber das Thema bewegt uns schon eine gewisse Zeit davor und wird uns, glaube ich, auch in Zukunft bewegen, weil wie wir uns entwickeln, sollte uns immer interessieren und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Herr Gleisner, bitte. Ja, danke für die Einladung. Rolf Gleisner, Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin ja auch zuständig für Sozialpolitik, bin kein Guru, was New Work betrifft. Da gibt es vielleicht berufenere, aber unser Job als Vertreter der Wirtschaft ist es natürlich, die Arbeitswelt zu kennen, die Trends dort zu kennen, die Bedürfnisse der Unternehmen und Mitarbeiter dort zu kennen. Und, und jetzt kommt der große Punkt, um uns dann für die richtigen Rahmenbedingungen einzusetzen. Das ist auch mein Job. In den letzten Monaten war ich mehr mit Feuerlöschen, also sprich mit dem Projekt Kurzarbeit beschäftigt. Aber ich war auch involviert letztlich in das Homeoffice-Gesetz oder vor ein paar Jahren ins Arbeitszeitgesetz. Das waren jetzt einmal klassische Gesetze, die resultiert haben aus Änderungen, die sich in der Arbeitswelt ergeben haben. Und wo wir gesagt haben, hier muss einfach die Rechtslage mitziehen mit der Arbeitswelt. Und ich glaube, das ist bei diesen zwei Projekten gelungen. Vielen Dank. Herr Korunka, darf ich Sie bitten? Man hört Sie gerade nicht. Vielleicht kontrollieren Sie mal die Begeleinstellungen des Mikrofons. Ja, ich habe eine Zeit. Jetzt hören wir Sie. Jetzt hören wir Sie. Okay. Ja, willkommen. Christian Korunka, mein Name. Ich leite im Bereich Arbeits- und Innovationstheologie an der Uni Wien. Ich bin mit Forschung schon seit eigentlich Jahrzehnten mit genau diesen Themen beschäftigt, also mit New Work jetzt schon seit Jahren, mit flexibler Arbeit, Flexibilisierung. Wir haben da viele Studien dazu und haben jetzt durch Covid-bedingt noch einen massiven Schub unserer Studien, weil wir uns jetzt ganz, ganz stark mit Homeoffice und ganz großen Studien in diesem Bereich beschäftigt haben. Willkommen. Vielen Dank. Ja, und last but not least, Herr Kütäubel, darf ich Sie noch bitten, sich vorzustellen? Gerne, ja. Einen schönen guten Abend mal zunächst an alle und nochmal herzlichen Dank für die Einladung an der TG Society. Ich habe mir gedacht, ich nehme gleich zwei Zeichen für New York, für New York, New York war schön, jetzt auch für New Work mit. Erstens einmal, ich bin Anwalt, das glauben jetzt wahrscheinlich viele nicht, weil ich keine Krawatte trage. Aber es ist tatsächlich so, ich sitze regelmäßig in Videocalls jeden Tag, zig Videocalls mit HR-Leitern, CEOs und wir sind alle befreit von unseren Krawatten. Also das ist einmal das Erste, was sozusagen die Stolz, ja Rolf, du bist ein Fels in der Brandung. Aber ich habe da diesen Trend sehr gerne aufgenommen. Die Befreiung der Anwälte von den Krawatten hat bei uns Einzug gehalten. Das ist einmal das eine. Und das Zweite, ich kann mich jetzt jederzeit in unsere wunderschöne Lobby am Schottenring 19 begeben, auch wenn ich meilenweit davon entfernt sitze. Wir alle haben gelernt, lustige oder weniger lustige Hintergrundbilder zu produzieren. Also das wollte ich mal ein bisschen zum Einstieg präsentieren. Das sind meine zwei großen Highlights des New York als Anwalt. Als Selbstständiger hat man ja bis jetzt schon auch um die Uhr arbeiten dürfen. Abgesehen davon, von diesen zwei Einstiegen ist Schöner eine Kanzlei, die sich in 14 Ländern befindet, von Polen bis Türkei mit unserem Headquarter in Wien. Wir sind circa 300 Juristen oder Berufsträger, wie wir auch sagen, und insgesamt 600 Mitarbeiter. Ich darf bei Schöner den Bereich Arbeitsrecht leiten. Also ich bin hier Partner und auch Praxisgruppenleiter unserer Arbeitsrechtsteams in den einzelnen Ländern. Also so ähnlich wie der Herr Solak, noch von der anderen Seite habe ich halt sehr viel auch international zu tun, was natürlich in diesen Zeiten sehr herausfordernd ist und wirklich sehr, sehr, sehr interessant, auch wie sich die Trends entwickeln. Wir wurden am 13.03. hat der Herr Bundeskanzler kurz die Pressekonferenz gehalten am Abend und am nächsten Tag bin ich aufgestanden. Um neun Uhr hat das erste Mal mein Handy geläutet und ich habe den ganzen Samstag und Sonntag durchtelefoniert. Wirklich durchtelefoniert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben seitdem eine komplett andere Situation als auch in Österreich, in der Arbeitswelt, als Rechtsberater. Es hat sich so viel geändert, das können wir alles gar nicht abschätzen. Also nicht nur juristisch, auch von den anderen Themenbereichen, wo hier die Interessenvertreter da sind. Ich freue mich daher sehr auf die Diskussion und ja, nochmal vielen Dank für die tolle Einladung. Ja, sehr gerne. Ich kann auch bestätigen, dass ich den Herrn Kütteubel schon mit Krawatte gesehen habe. Also New Work macht da auch flexibel. Ja, vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Unsere Digi-Talk-Reihe besteht ja immer aus drei Veranstaltungen. Letzten Monat hatten wir da die erste Veranstaltung. Da würde ich einfach mal ganz kurz zusammenfassen, damit Sie auch wissen, worum es da ging. Ja, New Work, was ist das eigentlich? Entwickelt wurde es von dem Sozialfilosoph Friedrich Bergmann, der angenommen hat, dass die bisherigen Arbeitssysteme veraltet sind und durch die zunehmende Digitalisierung und Globalisierung Arbeitsweisen zeitlich, räumlich und organisatorisch einfach flexibler werden. Diese Vorträge, zum einen vom Herrn Professor Michael Barth, der Uni in Krems, der uns auch mitgeteilt hat, dass im März letzten Jahres plötzlich 700.000 Personen Homeoffice waren. Das ist eigentlich auch eine Sache, die sich da extremst beschleunigt hat, das Thema Homeoffice. Ja, zweiter Diskursant war der Herr Markus Stelzmann von der Telehase. Da ging es um das Thema Selbstorganisation, Führung. Die Telehase hat ein ganz interessantes Konzept. Sie haben die Führungskräfte abgeschafft. Also auch ganz, ganz spannend, was New Work betrifft. Ja, ich durfte auch einen Vortrag halten. Ich habe mehr oder minder auch gesagt, New Work ist eben auch nicht nur Homeoffice, das, was vorhin auch schon angesprochen wurde. Und es bedarf einfach da auch eine ziemliche Veränderung der Führung, damit man wirklich den richtigen Weg von New Work gehen kann. Ja, wenn New Work die Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung ist, ist es eben nicht nur Homeoffice. Jetzt starten wir mal in die Runde zum Ersten mit der Frage, was bedeutet für Sie die Vision von New Work? Vielleicht sagen wir mal Ladies first. Frau Schitter, vielleicht darf ich Sie als Erste bitten. Dankeschön. Ich hoffe, es hören mich wieder alle. Vielen Dank. Ich denke, ich habe schon zu Beginn ausgeführt, gerade im Bereich der produzierenden Industrie wäre es viel zu kurz bemessen, nur über den Bürobetrieb zu sprechen. Und natürlich ist der Bereich des Homeoffice natürlich vor allem ein Bereich, der die White-Color-Workers betrifft. Überall dort, wo ich produziere, wo ich an der Maschine stehen muss, kann man mit Homeoffice im klassischen Sinne sehr wenig anfangen. Insofern wird es wenig überraschen, dass wir aus Sicht der Industrie New Work natürlich sehr viel breiter verstehen. Und die Vision, glaube ich, die man entwickeln kann, ist, es muss sozusagen allen Beteiligten einen Vorteil bewirken. Die neue Arbeitsweise sollen Prozesse beschleunigt werden, es soll effizienter gearbeitet werden können, natürlich da oder dort orts- und zeitunabhängiger gearbeitet werden können. Aber es soll uns natürlich auch ermöglichen, auf die individuellen Umstände des Einzelnen verstärkt eingehen zu können, gleichzeitig aber auch sozusagen die Produktionsprozesse dementsprechend passgenauer gestalten zu können. Und ein Effekt sozusagen, den New Work natürlich mit sich bringen kann, aufgrund der ganzen neuen Tools, die wir auch haben, dass ich eine gewisse Transparenz leichter darstellen kann, auch eine gewisse Dokumentation mir erleichtern kann, was früher vielleicht sehr viel schwieriger war. Insofern wäre meine Vision, dass das gemeinsame Arbeiten für alle Akteure erleichtert und verbessert wird in Zukunft. Vielen Dank. Vielleicht mal Herr Gleisner von der Wirtschaftskammer. Wie sehen Sie das? Was haben Sie da so für Rückmeldungen von Unternehmen? Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin kein Guru, was New Work betrifft, aber wir beobachten natürlich die Arbeitswelt und die Trends. Und ich will vielleicht einmal die andere Seite beleuchten. Es gibt ja viele Ängste, die mit der Technisierung, mit der Digitalisierung zusammenhängen, die zum Teil recht diffus sind. Und wenn man sich dann die Zahlen genau anschaut, dann sind diese Ängste oft unbegründet. Ich stelle einmal einfach so eine Frage in den Raum an die Teilnehmer. Man sagt ja immer, dass die Dienstverhältnisse zum Beispiel viel schnelllebiger werden in der neuen Arbeitswelt. Aber was glauben Sie, wie sehr hat sich die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in den letzten 15 Jahren in Österreich verändert? Sie hat sich gar nicht verändert. Das durchschnittliche Dienstverhältnis hat vor 15 Jahren 10 Jahre gedauert, dauert jetzt auch 10 Jahre. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Die Furcht ist ja immer, dass die Jobs ausgehen infolge der Digitalisierung. Aber wir erkennen tatsächlich, ich meine, die Corona-Krise überlagert jetzt alles, aber unabhängig oder abgesehen von dieser Krise, haben wir jetzt nicht erkannt. Und wir haben unsere Fachverbände hier durchgeprüft, ob der technologische Wandel in den letzten Jahren sich irgendwie beschleunigt hat und danach auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Wir haben das nicht erkannt. Wir haben sogar ganz im Gegenteil eine Zunahme an Jobs gesehen, in Zeiten, wo die Wirtschaft nur wenig gewachsen ist, in den Jahren 15, 16, 17. Das heißt, auch hier muss man sagen, dass diese Befürchtung, die dieser Digitalisierung entgegengehalten wird, zunächst einmal den harten Fakten nicht immer standhält. Oder vielleicht einen letzten Punkt, um das noch hineinzuwerfen. Ein Thema natürlich, das uns beschäftigt, ist klarerweise die Flexibilität. Das betrifft das Thema Arbeitszeit. Aber etwa auch das Thema Abgrenzung, Arbeit und Freizeit ist ein Klassiker, wo immer kritisiert wird, dass die Unternehmen die Arbeitnehmer in der Freizeit beanspruchen. Wir haben da eine Umfrage gemacht und es hat sich gezeigt, ja, das stimmt. Die Arbeitnehmer werden tatsächlich bis zu einem gewissen Grad in der Freizeit auch von den Unternehmen beansprucht, am Handy oder am PC. Aber wir haben auch die Arbeitnehmer gefragt, wie viele private Aktivitäten sie während der Arbeitszeit machen. Und siehe da, es waren mehr als doppelt so viel, was die Arbeitnehmer selber angeben. Also man sieht diese neue Arbeitswelt. Ich glaube, man braucht sich nicht unbedingt immer vor ihr fürchten. Sie ist eine Art geben und nehmen. Und als Wirtschaftskammer ist es unsere Aufgabe, hier auch zu schauen, ob die Spielregeln, die Rahmenbedingungen für diese Arbeitswelt adäquat sind. Und hier haben wir natürlich immer eine Gratwanderung. Eine Gratwanderung einerseits zwischen der Freiheit, zwischen der Vertragsfreiheit. Auf die legen natürlich die Unternehmen einen besonderen Wert. Da haben durchaus auch Arbeitnehmer, Angestellte, vor allem Qualifiziertere. Und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Absicherung und nach Rechtssicherheit. Und irgendwo müssen wir da immer gemeinsam mit den Sozialpartnern einen Mittelweg finden. Und das war eben auch die Herausforderung jetzt bei diesem Homeoffice-Gesetz, weshalb die einen enttäuscht sind, dass wir überhaupt was regeln, und die anderen enttäuscht sind, dass wir nicht jede Antwort ins Gesetz geschrieben haben. Herr Sollack, wie würden Sie das von der praktischen Seite sehen, wenn Sie jetzt das Unternehmen entsprechend Telekom Austria ansehen? Meine Vorredner haben natürlich sehr, sehr wichtige Aspekte und Punkte gebracht, die man wahrscheinlich jetzt stundenwochenlang, tagelang diskutieren könnte. Der Punkt ist, wenn man über New Work spricht und das wurde auch schon gesagt, das ist ja viel mehr als Homeoffice und auch bei uns im Konzern gibt es verschiedene Ebenen, alle die Bürotätigkeiten verüben, die sind bei uns und das war im März des letzten Jahres so, von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice geswitcht. Mittlerweile eben seit einem Jahr remote von zu Hause arbeitend. Aber es gibt natürlich auch die Gruppe, die das nicht kann. Es gibt die Gruppe, die im Shop steht, Produkte verkaufen. Es gibt die Techniker, die draußen sind beim Kunden, sich um die Leitungen kümmern. Dort funktioniert Homeoffice sinngemäß natürlich nicht. Und dementsprechend ist auch das Thema New Work und neue Arbeitsformen viel breiter zu sehen als nur Homeoffice. Was wir auch seit vielen Jahren diskutieren, ist die Veränderung der Arbeitsformen. Und daher, Dr. Gleisner hat etwas Wichtiges gesagt oder eine richtige Frage gestellt. Es gibt Ängste, es gibt Verunsicherung und da kann man natürlich mit Daten und Fakten argumentieren. Aber es ist natürlich psychologisch oder einfach eine menschliche Empfindung, dass man bei Veränderungen, Verunsicherung spürt und denen muss man einfach begegnen. Die Veränderung der Arbeitsformen oder der Arbeitswelt, das hat sich historisch betrachtet immer gegeben. Der Unterschied zur aktuellen digitalen Transformation ist aus meiner Sicht die Geschwindigkeit. Einfach diese Dynamik der sich verändernden Arbeitsbedingungen, um nur ein Stichwort zu nennen, die ganze Plattformökonomie. Und die Rahmenbedingungen aus meiner Sicht oder aus Sicht des Betriebsrats oder aus Arbeitnehmervertreter Sicht halten da nicht immer Schritt. Also ich glaube, es ist wichtig, bei den Rahmenbedingungen viel schneller auch agieren zu können. Konkretes Beispiel Homeoffice. Also wir haben geswitcht vor einem Jahr im März, sind hunderttausende Arbeitnehmer ins Homeoffice gewechselt und wir haben jetzt ein Jahr später noch kein Gesetz. Ich meine, ich weiß schon, es ist immer schwierig, den Abstimmungsprozess und alles einfließen zu lassen. Aber ich glaube, es ist notwendig, zukünftig da einfach schnell auf die sich verändernden Umstände reagieren zu können. Da bedarf es natürlich und da greife ich auch einen Punkt auf, den Herr Dr. Gleisner gesagt hat, wahrscheinlich Kompromissbereitschaft, ein Zusammenwirken von allen Beteiligten und den Mittelweg, den es zu finden gilt. Auf die Vision, eingangs auch die Frage war, was ist meine persönliche Vision, da darf ich abschließend eine Aussage von Herrn Ilseger aufgreifen, die er eingangs erwähnt hat, die digitale Transformation mitzugestalten. Ich glaube, das ist aus Arbeitnehmer Sicht ein ganz wichtiger Aspekt, warum diejenigen, die die Technologie entwickeln oder weiterentwickeln, haben in der Regel den Nutzen. Ich glaube, es ist aber sinnvoll, dass man einfach den Nutzen im Zuge der Digitalisierung aufgrund der Technologieentwicklung einfach auf einer breiten Basis gestaltet und dass man entsprechend Mitsprache hat und entsprechend Mitwirkung, sei es von der wirtschaftlichen Seite natürlich, aber gleichzeitig auch von der gesellschaftspolitischen Ebene und natürlich auch, und dafür vertreten wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Sicht der Beschäftigten. Dankeschön. Herr Kütheubel, Sie hatten sich zu Wort gemeldet? Nein? Nein, aber... Dann interessiert uns natürlich auch die gesetzliche Vision, die Sie so haben. Ja, das ist ja das Thema. Ich meine, Herr Soller hat gesagt, man muss reagieren. Ja, das ist richtig. Die Frage ist, wie reagiert man richtig? Beispiel Homeoffice-Gesetz. Also ich persönlich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Steuerrechtler und die steuerrechtlichen Themen, glaube ich, waren schon sehr wichtig bei diesem Homeoffice-Gesetz, aber ich glaube, sonst hätte man sich das sparen können. Man hat hier in der Arbeitswelt bei den Arbeitgebern, bei den Arbeitnehmern Erwartungen geschaffen. Jetzt kommt man, man verhandelt lange ein Homeoffice-Gesetz und dann kommt raus ein Gesetzesentwurf, wo im AWRAG wieder mal irgendwas reingepackt wird. Für alle nur, die Abkürzung nicht, kein AWRAG ist so quasi der, wir sagen immer ein bisschen so, der Missgübel vom Arbeitsrecht, wo kommt alles rein, wo sonst, jedes Gesetz kommt da rein, dass ich sonst nirgends wohin unterbringe. Und da hat man, da kommen, ist Bildungskarenz drin, Betriebsübergang, Homeoffice, haben wir jetzt auch drinnen. Also das ist, leider muss ich ehrlich sagen, in Österreich ein bisschen der Trend, dass man, dass man ein bisschen zu auf Medienzurufe, auf so Zurufe reagiert und dann etwas macht, wo dann eigentlich noch die Unzufriedenheit noch gesteigert wird und wo man sich vielleicht wirklich überlegen sollte, Expectation Management besser zu betreiben. Man sagt, wir schauen uns an, wie funktioniert denn unser Recht? Und wir haben ja bisher schon viele Mandanten gehabt, die Homeoffice-Vereinbarungen gehabt haben. Und das hat eigentlich, ich meine, ich muss zugeben, natürlich, wir haben jetzt nicht den, den, das wird es ums Eck als Mandanten. Und wir haben schon eigentlich Mandanten, die Arbeitsrecht richtig machen wollen als Mandanten und daher natürlich vielleicht hier mehr, mehr, mehr Aufwendungen betreiben oder mehr reinstecken für vielleicht jetzt kleinere Unternehmer. Ich weiß jetzt nicht, kann ich beurteilen, aber ich glaube auch, dass die Kleinen es gut machen wollen und richtig machen wollen. Aber was ich nur denke, ist halt, wir haben, wir haben, wir haben immer wieder Chancen, etwas gut zu machen und leider ist es so, dass wir immer wieder diese Chance etwas verpassen. Und ich wäre ehrlich gesagt, mir wäre es lieber gewesen, mit dem zivilrechtlichen Projekt des Arbeitsrechts gar kein Homeoffice-Gesetz gemacht und nur das Steuerrecht geregelt, als wie es eigentlich jetzt ist, weil jetzt sind wieder eigentlich viele Fragen offen und es ist letztlich, man glaubt, dass Bürger, ich habe jetzt ein Homeoffice-Gesetz, da steht genau drin, was ich machen darf, wann ich was machen muss und so. Und in Wahrscheinlichkeit steht gar nichts drin im Gesetz. Es steht drin, dass er schriftliche Vereinbarung treffen muss, die kann ich dann in einer Monatsfrist kündigen, wenn er ein wichtiger Grund verliebt. Punkt, das ist es mehr oder weniger im arbeitsrechtlichen Teil. Und da irgendwo müssen wir aufpassen, dass wir nicht immer wieder Chancen verpassen. Das ist meine Vision, daher wäre es, einen Gesetzgeber zu haben, der hier wirklich dann Gesetze macht, wenn es sich ihren Sinn macht und dort, wo es keinen Sinn macht, die Sozialpartner arbeiten zu lassen, die Betriebsräte, die Betriebsinhaber, weil das hat eigentlich in Österreich in den letzten 50, 60 Jahren eigentlich meistens sehr gut funktioniert, nicht immer sehr gut funktioniert, aber doch, es war eine Erfolgsgeschichte und die sollten wir eigentlich weiterführen. Übrigens beruht das Gesetz auf einer Sozialpartnervereinbarung, aber ich stimme dir völlig zu, dass die Erwartungen weit überhöht waren. Wir haben sie nicht geschürt, aber ich habe eigentlich noch nie so ein Medieninteresse an einem Thema gesehen wie beim Homeoffice, obwohl uns allen, auch der Arbeitnehmerseite, klar war, dass nicht so viel zu regeln ist, wie man allgemein meint, weil ja schließlich weitgehend das Arbeitsrecht für Homeoffice gilt, angefangen vom Arbeitszeitgesetz, über viele andere Gesetze hinweg auch. Ich habe auch gesagt, die Medienerwartung war so riesengroß. Ja, ja. Ganz bewusst dazu wirklich getont. Wir haben eine Frage der Herr Lichtenthaler. Bitteschön. Herr Grüß Gott, Lichtenthaler, Bundesrechtszentrum, Grüß Gott. Ich wollte nur ergänzen als Stellungnahme von unserer Seite der öffentlichen Verwaltung, und bin verantwortlich für die Digitalisierung und die Innovationsthemen. Wir sehen natürlich, Homeoffice kann es nicht gewesen sein, wenn sozusagen einfach nur man den ganzen Tag vor irgendwelchen Videokonferenzen sitzen und da hinein sprechen und am Ende ist man völlig fertig und hat vielleicht auch noch nicht einmal was gescheit dokumentiert, sondern einfach nur ist ausgepowert am Ende des Tages. Wir sehen vor allem weitergehende Lösungen im Bereich der digitalen Kollaboration, Digital Whiteboards, Post-its für relevant und wir haben zum Beispiel auch eine Lösung entwickelt zum Thema Online-Sitzung, Beschlussfassungen abgesichert in der Blockchain. Das ist die Zukunft, wie wir dann auch konkret werden, dass wir jetzt hier in diesem Kreise so in der Videokonferenz zusammen sind, ist logisch, aber eine Aufsichtsratssitzung oder eine ministerielle Sitzung oder eine Jury wird so nicht entscheiden, sondern die wird eben eine, die braucht auch eine Grundlage und eine Möglichkeit, auch wirklich etwas zu dokumentieren und Beschlüsse festzuhalten und das wird meistens vergessen und nicht gut strukturiert. Das wollte ich nur ergänzen. Vielen Dank. Herr Sollack, möchten Sie darauf antworten? Ich wollte noch auf den Herrn Kühltauble eingehen und seine Aussagen zum Homeoffice-Gesetz, dass das durchaus so mein Verständnis enttäuschend war, was als Ergebnissen nach einem Jahr oder nach mehreren Monaten der Handlung am Tisch liegt. Ich kann das durchaus nachvollziehen, auch bei uns in der Belegschaft war so ein bisschen die Ernüchterung, wenn man dann die Medienberichte studiert oder auch jetzt die Gesetzesvorlage studiert. Da fehlen durchaus auch wesentliche Aspekte auch in die Zukunft gerichtet. Wenn man ein Homeoffice-Gesetz beispielsweise hat, was tatsächlich nur auf die Wohnung oder abstellt oder auf die Wohnung des Ehepartners und nicht ganzheitlich mobiles Arbeiten im Blick hat, ist das ein bisschen enttäuschend aus meiner Sicht, weil ich glaube, in der letzten Diskussion hier bei der DJ Society ist über mobiles Arbeiten auch diskutiert worden. Also es ist ja viel breiter als nur das Arbeiten von zu Hause oder auch das Thema der Nicht-Erreichbarkeit. Wir sehen natürlich im Zuge der digitalen Transformation und des digitalen Wandels, dass sich Arbeit und Privat, also Beruf und Persönliches immer mehr vermengt und vermischt. Und da eine Abgrenzung zu finden, ist irrsinnig schwierig. Eine Entgrenzung der Arbeit. Das heißt, das Thema der Nicht-Erreichbarkeit muss diskutiert werden. Übrigens auch ein Thema, das mittlerweile schon in der Europäischen Union angekommen ist und im Europäischen Parlament diskutiert wurde. Also ja, ich kann durchaus auch für mich in Anspruch nehmen, dass das Ergebnis, was am Tisch liegt, den Erwartungen nicht standgehalten hat. Herr Korunka? Ja, ich kann zu vielen Dingen was sagen, möchte aber nichts zum Gesetz sagen. Vielleicht nur so viel aus meiner Laien-Sicht ist ein Gesetz etwas, das der Wirklichkeit hinten nachläuft und das kann ein Zwischenschritt sein, weil es ja auch diese Welt so schnell verändert, dass ich hätte jetzt keine besonderen Wünsche oder Anforderungen. Das kann nur ein Kompromiss sein und das ist es einmal. Vielmehr möchte ich nicht dazu sagen. Zum Grundthema, mir scheint die Diskussion sehr ein bisschen zu breit zu sein. Ich würde mal ein New Work ganz gerne ein bisschen eingrenzen. Aus meiner Sicht geht es da um Entgrenzung letztlich und um Flexibilisierung einerseits und um Unterstützung der Informationstechnologien. Das sind so diese beiden Säulen. Bei der Entgrenzung haben wir die zeitliche Dimension, die örtliche, also Homeoffice als eine Variante. Wir haben die Entgrenzung der Abläufe und wir haben die Entgrenzung der Verträge. Ich bin beim Herrn Geissner auch insofern, dass die Dinge langsamer passieren, als wir alle glauben. Also wir haben durch die Medien unterstützt, immer den Eindruck, es passiert alles unglaublich schnell. Man sollte aber auch nicht vergessen, einerseits mit den Verträgen, ich kenne Studien, die haben sich überhaupt nicht verändert, ganz genau so, wie Sie sagen, Herr Geissner, es gibt Studien aus England, die sagen, dass die mittlere Zeit in einem Vertrag seit Jahrzehnten gleich bleibt, sogar gestiegen ist, witzigerweise. Also ganz umgekehrt, als man es gesellschaftlich annimmt. Also es passiert, aber es passiert langsamer. Es passiert bei kleineren Gruppen. Also man sollte auch immer daran denken, dass die Diskussion, die wir hier führen, eine Luxusdiskussion von bestimmten hochqualifizierten Jobs letztlich ist. Also Homeoffice betrifft 18, also flexibilisierte Tätigkeiten betreffen in der EU ungefähr 18 Prozent der Personen. Und was die Auswirkungen betrifft, es ist in gewisser Weise neutral. Also es gibt viele Vorteile und viele Nachteile. Und das Spannende, auch in der Wissenschaft bei diesem Thema, ist, dass jedem Vorteil ein Nachteil gegenübersteht. Also die Entgrenzung führt dazu, dass wir mehr daheim sind. Das führt aber dazu, dass wir eben entgrenzt daheim sind und dort neue Probleme haben. Mehr Autonomie führt dazu, dass wir letztlich weniger Autonomie haben. Autonomie-Paradox wird in der Forschung beschrieben. Das heißt, das Thema ist relativ schwer fassbar und man kann es am besten über neue Anforderungen und Intensivierung fassen. Und da muss man schon psychologisch sagen, wir zahlen schon einen gewissen Preis für diese Auswirkungen. Also im Homeoffice wird länger gearbeitet, die Arbeitsintensivierung hat zugenommen. Wir haben gewisse Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse, jetzt insofern noch mit diesem Video-Modus, die nicht erfüllt werden. Also das sind schon Dinge, die quasi auf der Minusseite zu sehen sind. Daneben natürlich die Plusseite, keine Frage. Also von der ökologischen Seite bis zu besserer Work-Life-Balance und so weiter. Vielen Dank. Sie haben sicherlich einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen. Wie weit sind denn eigentlich die Unternehmen? Ja, also ich denke auch, es geht einiges langsamer voran. Viele Unternehmen sagen, ja, wir leben alle New Work, wir machen das schon, wir sind da ganz toll. Wie sehen Sie das? Wo stehen österreichische Unternehmen beim Thema New Work? Ich darf da vielleicht vorhin noch reingrätschen. Die Frau Schitter hat aufgezeigt und möchte, glaube ich, was dringend dazu sagen. Bitteschön. Dankeschön. Ich wollte eigentlich noch zu der vorigen Diskussion zum Thema Homeoffice, auch Homeoffice-Gesetz, auch noch einmal die provokante Frage stellen. Letztlich, es ist eine Frage der Erwartungshaltung. Die Zeitungen, die Medien haben sehr stark gesagt, wir brauchen ein Homeoffice-Gesetz und dann ist die Welt gut und heil. Die Frage ist, wenn man das so provokant formuliert, das war, glaube ich, einfach ein Wunsch, den man so nicht erfüllen kann, weil ich glaube, es besteht Einigkeit, dass die Arbeitswelt sehr bunt und divers ist. Es besteht, glaube ich, auch weit in der Gesellschaftskonsens, dass es immer gewisse Mindestregelungen und Absicherungen braucht, dass Standards eingehalten werden. Aber den Anspruch an ein Gesetz, dass sich sämtliche Phänomene in der Berufswelt abbilden kann, das kann ein Gesetz am Ende des Tages nie erfüllen. Und insofern, glaube ich, war einfach auch hier die Frage, ich glaube, es ist angesprochen worden, im Steuerrecht gab es, glaube ich, und auch hier haben wir das eben bei unseren Mitgliedern geortet, wirklich Adaptierungsbedarf, weil das Steuerrecht noch gar nicht Bezug genommen hat auf dieses komplett neue Phänomen. Im Bereich des Arbeitsrechts gab es davor kaum Probleme. Natürlich war es ja auch nicht so, es wurde ja dann so getan, kurzfristig von manchen Akteuren, wie es gibt gar keine Regelungen, die Menschen sind schutzlos, sie fallen in ein Loch und man hat Ängste geschürt, die in dieser Dimension nicht wahr waren. Wir haben eigentlich ganz im Gegenteil, selbst durch die Beschleunigung, durch die Corona-Krise wahrgenommen, im letzten Jahr, im Großen und Ganzen, funktioniert es ganz gut. Ich möchte nicht verhehlen, es wird immer Einzelfälle geben, Arbeitgeber, Arbeitnehmerseitig, wo es in Einzelfällen nicht funktioniert. Nur auch da muss man so ehrlich sein, auch diese Einzelfälle wird man durch, egal welche Gesetzessichte, nie verhindern können. Und insofern, glaube ich, kann man sagen, der Ruf nach noch mehr Regulierung, den gibt es, den hört man. Ich würde nur sehr davor warnen. Es ist eher, glaube ich, positiv zu sehen, dass der Gesetzgeber vielleicht innerhalb dieses Jahres erkannt hat, wir brauchen vielleicht eine Verankerung, um die ein oder andere steuerrechtliche Regelung daran knüpfen zu können. Aber ich würde es nicht unbedingt als schlechtes Zeichen sehen, dass man jetzt festgelegt hat, dass die Arbeitsvertragsparteien selbst regeln dürfen, was sie in die Vereinbarung schreiben. Es ist eigentlich eher ein positives Zeichen, dass man sagt, es sind nur noch mal die Vertragsparteien, die miteinander arbeiten. Ein Grundgerüst wird ihnen mitgegeben und dann liegt es wieder in der Verantwortung der handelnden Personen. Es gibt einen Betriebsvereinbarungstatbestand und es soll möglichst viel auf betrieblicher Ebene geregelt werden. Ich glaube, das ist ein Zugang, den man forcieren soll und nicht wieder nach dem Gesetzgeber zu rufen. Ich glaube, es ist wichtig, eher wieder in die andere Richtung zu denken und auch alle Menschen zu empowern, diese Gestaltungsfreiheiten zu nützen. Und das war mir noch wichtig, diesen Appell auszusprechen. Darf ich nur etwas konkret ergänzen? Also die einen sind jetzt enttäuscht, weil wir nicht die Vertrauensarbeitszeit eingeführt haben oder zumindest quasi die Nachtruhe oder die Wochenendruhe komplett geöffnet haben, weil sie sagen, das kann ich ja zu Hause selber steuern. Und die anderen sind enttäuscht, dass wir nicht, was weiß ich, ein Recht auf Nichterreichbarkeit eingeführt haben. Wir sind also hier den Mittelweg, wenn man so will, gegangen und klarerweise ist das ein Moving Target, diese ganze Sache. Es ist ja auch vereinbart, dass dieses Gesetz evaluiert wird und möglicherweise in zwei Jahren werden wir es fortentwickeln. Ja, ich wollte nur auch etwas sagen, ich glaube auch diese Vision des Homeoffice ist jetzt ein Schlaglicht, das ist wie ein Spotlight, jetzt nicht nur bei den Medien, auch bei uns jetzt in der Diskussion so aufgetragen. Aber ich finde diese Wortmeldung vom Herrn des Bundesrechenzentrums verzeihend, ich habe mir einen Namen nicht gemerkt, immens wichtig, die er gesagt hat. Wir haben in der Beratung festgestellt, dass Mandanten uns angerufen haben und gesagt, ich habe jetzt eine Betriebsratsneuwahl, wie mache ich das? Wie möchte ich online, die Mitarbeiter wollen das online machen, ich habe da kein Problem, damit geht das, ist überhaupt dann wirksam, diese Wahl. Oder der Europäische Betriebsrat in den riesengroßen Konzernen, österreichischen, die haben natürlich die Vereinbarung vor 15 Jahren gemacht, da gibt es keine Regelungen zu über Online-Abstimmungen innerhalb des Betriebsratsgremiums. Also es gibt wirklich ganz fundamentale Fragen, die im Arbeitsrecht nicht geregelt sind. Das wäre viel wichtiger, meines Erachtens, diese Dinge zu regeln. Oder wie verhält es sich mit dem Datenschutz? Jetzt sind vor einem Jahr alle gesessen, haben wir die ESGVO rauf und runter gebetet. Ich habe das Gefühl, ab letztes Jahr war der Datenschutz an jedem ziemlich egal, ganz offen gesprochen. Man hat sich überall reingewählt, man hat Bildschirme geteilt und was weiß ich, was alles. Es war jedem wurscht, welche Daten da jetzt überall in den Atlantik geschickt werden. Also wir haben das Homeoffice... Einige Corona-Projekte sind am Datenschutz gescheitert, zum Beispiel die Corona-App, habe ich nur so gehört. Ja, das ist klar. Da bin ich Gott sei Dank nicht zuständig für die Corona. Aber ich sage mal, Rolf-Julian, ich weiß nicht, aber im Homeoffice-Gesetz habe ich auch den Fokus hingelenkt, aber ich finde das wirklich wichtig, vielleicht eine Diskussion, auch dass man sich vergegenwärtigt, ganz fundamentale Themen, die nicht gelöst sind im Arbeitsrecht, wo wir eigentlich eine extreme Rechtsunsicherheit haben und die wir regeln müssen, damit unser Arbeitsrecht und letztlich dann unsere Wirtschaft auch zukunftsfit wird. Vielen Dank. Sicherlich auch sehr wichtige Themen angesprochen, nämlich die Herausforderung, die Unternehmen haben, die Mitarbeiter haben. Die Flexibilität, die uns das alles gibt, stellt uns natürlich auch Herausforderungen, sei es bei der Führung, sei es bei der Ausstattung, sei es bei rechtlichen Fragen. Da würde ich gerne noch mal näher drauf eingehen und Sie bitten, ein bisschen dazu Stellung zu nehmen, wo Sie die Herausforderungen für Unternehmen und Mitarbeiter sehen. Herr Sollack, darf ich Sie vielleicht bitten? Das Mikrofon bitte aufdrehen, dann hören wir Sie auch. Herr Sollack, das Mikrofon ist warm-in-Ute. Yes, yes. Sorry noch mal. Ich würde trotzdem noch gerne einen Abschlusssatz aus meiner Sicht zum Homeoffice-Gesetz sagen, weil es trotzdem wichtig ist und es ist für mich ein bisschen schwierig, weil die Diskussion so breit gefächert ist und so viele Einzelthemen da angesprochen werden. Ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig, bei all den Schwierigkeiten, die wir haben, auch gesetzliche Regelungen zu treffen und nicht alles auf die betriebliche Ebene zu schiften. Warum? Weil einfach die Arbeitnehmer oder der einzelne Arbeitnehmer natürlich auch eine durchaus unterschiedliche Verhandlungsmacht hat als Unternehmen. Darum ist es durchaus gut, Dinge auch gesetzlich zu regeln, dass man immer hinterherhinkt, ja, das stimmt, dass man vieles nicht regeln kann, ja, stimmt auch, aber trotzdem, das Arbeitsrecht hat ja sozusagen auch als Kern einen Schutzmechanismus auch für die Arbeitnehmerinnen. Da bin ich wahrscheinlich jetzt mit meiner Ansicht allein auf weiter Flur hier in der Diskussion, aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, über die Gestaltungsfreiheit hinaus, die man ja auf betriebliche Ebene finden kann, einen Grundstock an Regelungen zu finden. Auf die Herausforderungen, auf die konkrete Frage, was sind die konkreten Herausforderungen? Einiges ist auch schon angesprochen worden, was wir ganz stark auch sehen, diese Vermischung und das Verschwimmen von Beruflichen und Privaten, das Entgrenzen der Arbeit. Es ist irrsinnig schwierig und ich telefoniere oft und sehr viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen und wir telefonieren lang und da geht es dann fünf, zehn Minuten über das Berufliche und Betriebliche und dann schwenken wir relativ rasch oft ins Persönliche, ins Private. Was natürlich aufgrund der Home-Office-Situation, der sozialen Distanz, die man jetzt erfährt, passiert ist, dass einfach diese, wie soll man sagen, diese Isolation, diese soziale Entfremdung auch stattfindet. Das kann man insoweit kompensieren, als sich die Arbeitnehmerinnen noch gut kennen. Aber je länger so ein Zustand fortdauert, desto schwieriger ist es. Und wir haben irrsinnige Probleme, neue Mitarbeiter, die bei uns anfangen und das passiert ja laufend in einem großen Konzern, anzuborden. Wie gesagt, wenn es ein Team gibt, wo sich die Mitarbeiter untereinander kennen, wo die Führungskräfte ihre Beschäftigten kennen, dann kann man einen gewissen Zeitraum überbrücken. Aber diese permanente Situation von zu Hause, remote zu arbeiten, ist sicherlich nicht das, was sich viele vorstellen. Und es gibt ja auch Befragungen in der Gewerkschaft und ich kann das auch nur bestätigen aus meinem persönlichen Umfeld, aus meinem beruflichen Umfeld. Was wünschen sich die Arbeiter zukünftig, wenn die Corona-Krise überwunden ist? Eine Art hybride Arbeitsform. Dass es immer wieder Extreme gibt von Personen und Menschen, die sagen, ich will nur mehr zu Hause arbeiten oder ich will gar nicht zu Hause arbeiten. Das gibt es ja. Aber der Großteil der Beschäftigten sagen, da gibt es durchaus auch Vorteile von den neuen Arbeitsformen, lasst uns diese auch nutzen. Und die Vorteile liegen sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Unternehmen. Wichtig ist da eine entsprechende Balance zu finden. Also das Thema Onboarding fand ich gerade sehr interessant. Das ist, glaube ich, ein Thema, was die Personaler gerade sehr auf dem Schirm haben, zu schauen, wie machen wir das gerade mit dem Onboarding, wie schaffen wir die Leute wirklich einzubinden. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe im ersten Lockdown das Unternehmen gewechselt. Ich kenne bis jetzt noch keinen der Mitarbeiter in der Schweiz persönlich, obwohl ich für die Schweiz zuständig bin. Ich kenne sie alle per Video. Aber das ist natürlich schon eine andere Situation, als wenn man mal da war und wirklich mit den Leuten persönlich geplaudert hat. Und ich denke, das ist wirklich eine große Herausforderung. Herr Kurunker, wie sehen Sie das Thema von der arbeitspsychologischen Seite? Naja, da gibt es vieles zu sagen. Ich würde gerne bei der Vertrauensarbeitszeit anschließen. Nicht unbedingt bei dem Fakt, dass es nicht im Gesetz ist, sondern das Problem beginnt ja vorher. Also wir haben vor einem Jahr eine Expertenstudie gemacht, eine österreichische Befragung von Mitte Lloyd gemeinsam, von mehreren hundert Personalisten. Da kommt raus, dass Vertrauensarbeitszeit fast nicht umgesetzt wird. Was ist die psychologische Frage dahinter? Pointiert formuliert, es gibt kein Vertrauen. Wir leben in einer Kontrollwelt und sollen jetzt in der entgrenzten Arbeit radikal auf Vertrauen umschalten. Jeder von uns, ich kann es ganz persönlich sagen, seitdem ich im Homeoffice sitze, obwohl ich selber das gut weiß, also Mitarbeiter arbeiten mehr im Homeoffice, ich frage mich dann selber oder er darf ich mich selber dabei. Also mein Doktorand macht ja wirklich was daheim. Sprich, Vertrauen ist immer ein Vertrauensvorschuss und das ist nicht so leicht umzusetzen und ist eine der wichtigsten Führungsdimensionen. Die zweite große Herausforderung, die hängt mit diesem Entgrenzungsthema zusammen, das ist Selbstmanagement. Also mit der Entgrenzung kann man dann umgehen, wenn man gut im Selbstmanagement ist. Selbstmanagement, arbeitspsychologisch betrachtet, ist eine bestimmte Qualifikation, die nicht jeder hat. Und die Folge daraus ist wieder eine weitere Polarisierung der Arbeitswelt. Es sind diejenigen, die das gut können und diejenigen, die das nicht gut können. Und die dritte Herausforderung wäre die Frage der Bedürfnisse. Interessant in der Homeoffice-Diskussion ist im Augenblick das Faktum, dass etwa drei Viertel derjenigen, die im Homeoffice sitzen könnten, im Büro sitzen. Das heißt, man braucht nur in irgendeine x-beliebige Video-Diskussion auf die Hintergründe schauen. Sie werden kaum jemand im Homeoffice sitzen sehen im Augenblick. Der Grund, außer jetzt vielleicht um diese Uhrzeit, der Grund ist einfach der, dass diese Grenzen offensichtlich auch in gewisser Weise unseren Bedürfnissen entsprechen. Dass es quasi auch positiv ist zu sagen, Stopp, da beginnt die Freizeit und so weiter. Und das sind schon große Herausforderungen, letztlich auch auf die psychologisch einfach bedeuten, dass bestimmte Leute die besser managen als andere. Und das ist psychologisch schon eines dieser großen Themen dahinter. Vielen Dank. Wir haben eine Frage von den Zuhörern. Herr Perner, bitteschön. Ja, guten Abend. Vielen Dank. Ich höre Ihnen jetzt schon ungefähr fast 40 Minuten zu und ich frage mich, wann beginnen wir eigentlich über New Work zu sprechen? Weil Sie sprechen bis jetzt nur über Digitalisierung und Homeoffice. Und wenn ich mir die drei Säulen von New Work und das Werk von Friedhoff-Bergmann anschaue, ich habe es gelesen und ich beschäftige mich schon lange damit, hat das, was Sie bis jetzt besprochen haben, eigentlich sehr wenig bis nichts damit zu tun. Und es erinnert mich an einen FATS, also Frankfurter Allgemeine Zeitung, ein Interview mit Friedhoff-Bergmann, wo er das kritisiert hat, wie seine Thesen aktuell verwässert werden und eigentlich auch ein bisschen dazu missbraucht werden, um Firmenbranding zu betreiben. Und ich würde Sie darum bitten, vielleicht einfach, wenn Sie möchten, lieber, also vielleicht, ich würde es mir wünschen, in diesen Diskurs über New Work einzusteigen, weil New Work bedeutet nicht, ob ich Homeoffice sitze oder nicht, sondern es ist eine neue Art, Freiheit und Entscheidungen zu treffen. Und diese drei Säulen, Lohnarbeit, Calling, was ich wirklich, wirklich will, und Eigenarbeit, das sind die drei Säulen und das hat mit dem, was bis jetzt besprochen wurde, fast nichts zu tun. Es ist ein kleiner Bereich davon gewesen, und zwar die Lohnarbeit, von der Sie die ganze Zeit gesprochen haben und die wird nur noch einen ganz kleinen Teil davon beitragen und vielleicht noch einen letzten Satz, nämlich, ursprünglich ist New York das Gegenmodell zum Kapitalismus gedacht gewesen. Nur so eine kleine Anregung. Vielen Dank. Ja, vielleicht erklärt es, warum mir zu diesem Aspekt nicht allzu viel einfällt. Es tut mir leid. Ich denke auch, dass gerade das Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten aufgrund des Gesetzes und aufgrund der Covid-Situation einfach auch in Unternehmen, jetzt gerade auch in der Gesellschaft, durch die Medien sehr, sehr präsent ist und dass das sicherlich auch heute die Diskussion ein wenig erklärt. Herr Kühteubel, darf ich Sie bitten? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das von Herrn Bergmann nicht gelesen. Ich bin auch vielleicht an der Falsche für die Diskussion, weil ich natürlich als Rechtsanwalt mir anschaue, was gibt es an gesetzlichen Bestand und was ist gut, was ist schlecht, wo entwickelt sich die Rechtsprechung hin, wo gehen die Trends hin. Ich sehe halt, es gibt Visionen, die sind eben oftmals sehr gut und her, nur die Realität ist da noch bei Weitem nicht so weit und wie gesagt, ich komme da wieder zurück, solange wir dann einmal wissen, ob sie ein europäischer Betriebsrat europaweit digital treffen darf und dadurch dann Tausende an CO2-Kilos oder ich verzeihen Sie mir, falls ich das jetzt völlig mathematisch falsch berechne, spart, weil niemand mehr zu einem Betriebsratsmeeting fliegt aus 20 Ländern, sondern weil alle vor dem Computer sitzen und das ist in drei Stunden erledigt und man spart viel Geld, viel Stress und schont die Umwelt. Ob das jetzt ein Teil von New Work ist, weiß ich nicht, aber das wäre für mich jetzt als Rechtsanwalt und als Rechtsanwender, als Unternehmensvertreter eine super Sache. Das ist das eine und das andere, was mir auch, ich kann Ihnen Herrn Koronka vielen Dank für Ihren Wortmen sehr interessanten und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe sehr viel mit Personalisten zu tun, wie der Frau Schwind, dass alle viel zu viel gearbeitet haben letztes Jahr. Wir haben alle, alle, alle viel zu viel gearbeitet und ich bin als Anwalt, ich kann es wiederholen, ich bin ja gewohnt, viel zu arbeiten, aber das ist nicht gesund auf die Dauer, da bin ich fest überzeugt davon und dahin, da hier der New Work und Visionen werden irgendwo an Grenzen stoßen, weil der Mensch dann dazu neigt, sich selbst auszubeuten, daher, jetzt sage ich ganz, was Arbeitgeber, Vertreter, Untypisches, es braucht schon Grenzen, weil die Menschen selber sich, wenn man jetzt in der Pandemie nichts zu tun hat, was soll man machen, arbeiten halt noch ein bisschen. Also das ist schon sehr gefährlich auch, was hier passiert und ja, das wollte ich noch Herrn Koronka vielen Dank sagen für seine gute Wortmeldung. Herr Sollack, bitte schön. Sie sind noch auf Mute. Ja, ja, jetzt nicht mehr. Ich darf noch mit einem Satz auf den Herrn Küderbl eingehen und den europäischen Betriebsrat, also wir machen unsere EBR-Sitzungen virtuell über MS Teams und gerade in der Corona-Phase haben wir das Tours auch monatlich gemacht, also es funktioniert, wenn man will, aber ja, die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu fehlen. Ich möchte auf den Vorredner eingehen zum Thema New Work. Ich kann die Kritik durchaus nachverfolgen, weil in der Diskussion bei uns im Betrieb und ich kenne das auch aus vielen anderen Unternehmen, sehe ich das auch oft sehr kritisch, wie mit dem Begriff New Work oder auch Begriffe wie Agilität und dergleichen umgegangen wird. Und ich sehe das oft auch nur als irgendein Passwort, was verwendet wird, um irgendwelche anderen Dinge, die nicht funktionieren, zu erschlagen. Nach dem Sinn oder nach dem Motto, das funktioniert jetzt nicht, das ist ein bisschen chaotisch, aber das ist halt das New Work, das ist halt die neue Agilität. Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt bei all diesen Überlegungen oder bei den neuen Arbeitsformen, und da schließe ich mich dem Herrn Korunka auch an, ist Vertrauen. Wie ist das Mindset, der Führungskräfte, diejenigen, die das zulassen, da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr wenige. Und wenn man sich anschaut, die Vorstandsebene des Top-Management, das sind jene Generationen oder jene Semester, die in der Regel über Command und Kontroll in ihre Funktion gekommen sind, die das über Jahrzehnte erfolgreich betrieben haben und denen jetzt zu sagen, ändere deinen Führungsstil, ändere die Organisation dahingehend, ist jesnig schwer. Es wird dann natürlich gemacht, weil es einfach der Trend ist und weil man einfach auch modern sein will. Aber im Gedanken, im Mindset ist es nicht angekommen. Und das beobachte ich bei uns, das beobachte ich auch bei anderen Betrieben. Was passiert dann? Es werden hilfsweise Strukturen, Organisationsstrukturen geschaffen, agile Teams. Die Führung als solches hält dem aber nicht stand. Da werden dann die technologischen Entwicklungen, die Systeme, die es dann gibt, wiederum als Kontroll- und Command-Instrumente verwendet. Der technologische Fortschritt lässt das ja zu. Man kann ja alles überwachen. Und einen Punkt möchte ich in die Diskussion auch noch einbringen, obwohl es jetzt nicht Thema New Work als solches ist. Aber was wir schon sehen, ist, dass das ganze Thema Datenschutz, Datensicherheit ein irrsinnig großes Thema ist, was man auch mit diesen ganzen Entwicklungen diskutieren muss. Herr Korung, bitte schön. Nein, ich kann eben auch direkt anschließen. Vielleicht hat es mir mit meinem Alter zu tun. Mir gehen diese ganzen Schlagworte immer mehr auf die Nerven. Also ich kann Agilität schon gar nicht mehr hören. Irgendwie, das sind einfach Modeworte, die einfach Hüllen sind letztlich. Mir geht es eher darum, psychologisch betrachtet, dicken wir ziemlich einfach. Wir haben gewisse Grundbedürfnisse. Wenn die erfüllt werden, ist es ein guter Job. Und dann ist es auch ein Job, der diesem dritten Kriterium, des New Work, entspricht. Was sind das für Bedürfnisse? Wir haben ein Bedürfnis nach Kompetenz. Also gute Arbeit entwickelt uns weiter. Wir haben ein Bedürfnis nach Autonomie. Gute Arbeit gibt mir die Möglichkeit, frei zu sein, freie Entscheidungen zu treffen. Wir haben ein Bedürfnis nach Struktur und Sicherheit. Ein guter Job ist der, wo ich mir nicht jeden Tag fürchten muss, ob ich den Morgen verliere. Und wir haben ein Bedürfnis nach sozialer Einbindung. Wir brauchen andere. Und zwar nicht nur zur inhaltlichen Diskussion, auch zur informellen Diskussion. Also wir sind soziale Wesen. Und gute Jobs sind die, die diese vier Grundbedürfnisse erfüllen. Gut sowohl für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, als auch natürlich für die Produktivität und für die Qualität des Outputs. Und mir wird immer mehr klarer über meine ganze Forschungszeit, dass es diese Kriterien sind, die man immer wieder anlegen kann an alle dieser Tätigkeiten. Und da kommt man zu keinen einfachen Lösungen, weil diese Bedürfnisse auch im Wettstreit miteinander stehen. Aber man hat so etwas wie ein normatives Schema, wo ich sagen kann, das ist okay, weil diese Bedürfnisse, das ist vielleicht der letzte Punkt noch, sollten dann noch alle erfüllen können oder die Möglichkeit haben. Also die sollten nicht zu einer Polarisierung beitragen, in dem Sinne, dass die guten Jobs nur für 10 Prozent der Bevölkerung in Frage kommen, sondern diese, das sollte eigentlich alle betreffen. Und das wäre dann noch die letzte Anforderung in einer guten Arbeit. Herr Gleitner, bitte. Ja, Dankeschön. Ich wollte noch vorher was ergänzen. Zunächst einmal, ich habe den ganzen Berg mal nicht gelesen, ich weiß aber ungefähr, worum es geht. Ich glaube nicht, dass er selbst den Kapitalismus abschaffen wollte. Ich glaube durchaus, dass er auch produktive Unternehmen bei seinem Modell vor Augen hatte. Nicht nur glückliche Mitarbeiter, sondern auch produktive Unternehmen, weil er sehr wohl weiß, dass die Grundlage für einen Sozialstaat, für gute Jobs auch funktionierende, produktive Unternehmen sind. Deswegen bin ich persönlich auch Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft und glaube auch nicht, dass die durch irgendwelche anderen Schlagworte abgelöst werden kann. Als Jurist sehe ich es jetzt nicht, dass meine Aufgabe, jetzt Unternehmen zu sagen, wie sie ihre Unternehmen führen sollen. Ich selbst bin auch der Auffassung, dass man in der modernen Arbeitswelt den Mitarbeitern vertrauen sollte, dass sie im Homeoffice durchaus auch produktiver sind als sogar im Büro. Allerdings möchte ich jetzt auch nicht in diese Pauschalurteile verfallen, weil es genauso gut umgekehrt sein kann. Bei den Schülern sieht man es auch, die verlieren Motivation, wenn sie nur zu Hause sitzen und den Lehrer vielleicht nicht einmal am Bildschirm sehen. Mitarbeiter sind natürlich in der Regel erwachsen, aber da agiert auch nicht jeder wie der andere. Also da darf man nicht pauschal urteilen. Ich glaube aber, dass wenn eine Wirtschaft gut funktioniert, dass sie auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter erfüllt. Was will ich damit sagen? Wir sehen zum Beispiel in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass die durchschnittliche Arbeitszeit in Österreich stetig gesunken ist. Wir arbeiten heute, jetzt blende ich einmal Corona aus, unabhängig von der Krise, wesentlich weniger Überstunden als vor 15 Jahren. Es gibt wesentlich mehr Teilzeitbeschäftigte als vor 15 Jahren und das entspricht den Präferenzen der Menschen. Denn man führt ja auch immer Erhebungen durch, wie zufrieden die Menschen mit ihrer Arbeitszeit sind, ob Teilzeit insbesondere freiwillig ist oder nicht. Und in Ländern wie Österreich oder Holland ist sie zum überwiegenden Teil freiwillig. In Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit ist es eine verdeckte Arbeitslosigkeit wie in Spanien und in Griechenland und ist Teilzeit großteils unfreiwillig. So, das heißt, einerseits sinkt die tatsächliche Arbeitszeit, andererseits eine produktive Wirtschaft sorgt auch für steigende Einkommen, die dann auch dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, die Arbeitszeit zu reduzieren. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Wie gesagt, die Krise überlagert das. Wir haben ja vor der Krise schon einen massiven Fachkräftemangel gesehen, der rein demografiebedingt in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten noch massiv zunehmen wird. Wir wissen warum. Die Babyboomer gehen in Pension und wesentlich schwächere Arbeitsjahrgänge rücken hier nach. Und das führt natürlich auch, glaube ich, zu einer gewissen, wie soll ich sagen, Änderung der Situation am Arbeitsplatz. Ich bin auch davon überzeugt, dass, wenn wir diese Krise überwunden haben, Unternehmen auch mehr tun müssen, um Mitarbeiter zu gewinnen, um sie an sich zu binden, dass hier das Thema Homeoffice, das Angebot von Homeoffice eine wichtige Rolle spielt, dass Unternehmen auch lernen müssen, auf Distanz zu führen und dass das zum Beispiel auch ein Weg sein kann, um Fachkräfte an sich zu binden. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Salzburg oder wo keine Fachkräfte finde, warum sollte ich nicht Mitarbeiter haben, die in Wien sitzen? Ja, und nicht hin und her pendeln, weil das ist unzumutbar. Also hier bieten sich Perspektiven, die, glaube ich, auch den Mitarbeitern helfen und den Vorstellungen, die hier im Raum stehen, von New Work zumindest einmal entgegenkommen. Das ist sicherlich ein guter Punkt, da New Work sicherlich auch Chancen für die Mitarbeitenden bietet. Wo würden Sie die sehen? Frau Schitter, darf ich Sie vielleicht bitten? So, jetzt soll es wieder funktionieren. Sie sind noch auf News, Sie sind noch stumm geschaltet. Nein, jetzt war es. Jetzt soll es schon gehen, glaube ich. Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie, danke. Wunderbar. Das ist auch unsere größte Herausforderung heute in dieser Diskussion. Wenn man nicht schaltet, es gibt einen Wiederhalt. Aber jetzt geht es. Ja, die Chancen für die Mitarbeiter. Ich glaube, es ist eine Chance, sozusagen, für die Weiterentwicklung der Gesellschaft allgemein. Weil ich glaube, das Thema, was wir heute noch komplett ausgespart haben, aber was sich gerade auch im Lichte der Digitalisierungstrends zeigt, ist, dass wir ganz neue Kompetenzen brauchen. Und das ist etwas, sozusagen, wo wir wahrscheinlich nicht schon erst im Arbeitsprozess beginnen dürfen. Wir müssen uns sicher überlegen, wie gehen wir sozusagen mit unseren aktuellen Beschäftigten um. Aber es zeigt sich immer mehr und man sieht es auch ganz stark. Das letzte Jahr hat es auch sehr deutlich offengelegt. Auch unser Bildungssystem ist durch diese Krise wachgerüttelt worden. Und sozusagen die Chancen, die wir haben, ist, glaube ich, dass wir einfach auch unsere Kompetenzen sehr viel mehr in Richtung, wie können wir sozusagen diese ganze Analytik verstärkt vermitteln. Auch dieses Thema Selbstorganisation. Also unser Bildungssystem motiviert Menschen in der Regel nicht wirklich dazu, sich selbst zu organisieren. Es ist teilweise sehr, sehr viel vorgegeben. Und ich glaube, das ist eine Chance, dass wir jetzt sozusagen diesen Moment auch nutzen, daran zu denken, dass wir sozusagen vom menschlichen Bild her auch ins Bildungssystem genau das hineintragen, was wir möchten, dass die Menschen sozusagen selbstständiger, eigenverantwortlicher agieren können, weil nur so können sie, glaube ich, dann auch diese Freiheiten, die es geben kann und die uns auch sozusagen die neuen Trends ermöglichen, auch wirklich einsetzen können. Herr Solak, wie sehen Sie das aus der praktischen Sicht für die Arbeitnehmer? Ich muss mal vorweg schicken, ich schaue parallel immer beim Besprechungschat, das ist eine ganz spannende Diskussion. Ich würde gerne, bevor ich das beantworte, auf das eingehen. Ich habe auch den Bergmann nicht gelesen und ich habe es eingangs schon gesagt, ich bin nicht sehr glücklich mit der Verwendung des Begriffs New Work, aber genauso würde ich sagen, dass man nicht apodiktisch allen Ausführungen des Herrn Bergmanns folgen muss. Und ich bin aus der Praxis kommend Betriebsrat und beschäftigt mich mit den aktuellen Problemstellungen, die wir haben. Und ich habe es ganz zu meinem Anfangsstatement, glaube ich, auch erwähnt, wenn man über neue Arbeitsformen rät, gibt es eine Entwicklung, die Plattform Ökonomie beispielsweise, wo sich Beschäftigungsformen neu entwickeln. Und da fehlen uns einfach Rahmenbedingungen, da gibt es noch keine Antwort auch aus Sicht des Arbeitsrechtes. Was ist das überhaupt für eine Beschäftigtenform? Ist es ein Selbstständiger, Scheinselbstständiger, Angestellter ist es wohl nicht. Also da gibt es viele offene Themen, die man diskutieren muss. Und natürlich kann man über selbstbestimmte Unternehmensführung sprechen, man kann über agile Teams diskutieren. Aber es gibt natürlich auch ganz konkret Dinge, die die Mitarbeiter oder Menschen, Arbeitnehmerinnen betreffen, die es zu lösen gilt. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum. Auf die Vorteile zu sprechen, zu kommen, was, was, ich glaube, das war die Frage, oder Anja? Was sind die Vorteile? Genau, welche Vorteile und Chancen ergeben sich für die Mitarbeiter? Chancen, natürlich vielfältige, auch schon angesprochen worden, attraktiver, nicht im urbanen Raum zu leben und dadurch beispielsweise auch teilhaben zu können. Der Arbeitsweg, wenn ich mobil arbeite und ich rede bewusst vom mobilen Arbeiten und nicht vom Homeoffice, entfällt vielleicht, wenn man hybride Arbeitsformen findet und sagt, man fährt nur noch einmal oder zweimal die Woche ins Unternehmen. Aber überall dort, wo es Chancen gibt, gibt es natürlich auch Risiken. Eine Chance ist natürlich, und das hat die Frau Schitter auch schon gesagt, dass man viel einfacher auch zu Wissen kommt. Eine Chance ist auch, dieses zu nutzen, die digitalen Formen zu nutzen, um einfach sich weiterzuentwickeln, persönlich dazuzulernen. Das Risiko dabei ist natürlich auch, dass man die Gruppen, die diesen Zugang nicht haben, verliert. Also das ist auch durchaus eine gesellschaftspolitische Fragestellung, die man diskutieren muss und wo man nicht, oder wo man darauf achten muss, dass man die Bevölkerung oder die Arbeitnehmer nicht in zwei Klassen gliedert. Diejenigen, die die digitale Transformation mitgestalten, partizipieren können, aktiv das nutzen können zu ihrem Vorteil und diejenigen, die als Verlierer sozusagen nicht mehr mitkommen mit dem digitalen Wandel. Das ist ein wichtiger Aspekt, den man sich wahrscheinlich gesellschaftspolitisch, und da ist wahrscheinlich auch die Politik gefragt und das ist vielleicht auch ein Diskussionspunkt in eurer nächsten Diskussionsveranstaltung. Dem muss man sich natürlich auch widmen. Herr Krildäube? Ich habe, der Herr Solok und ich sind geistesverwandt, glaube ich, ich habe das jetzt auch so parallel gelesen, diesen Chat, ich habe mich weitergebildet jetzt. Ich verstehe, dass der Herr Bergmann ein Philosoph ist und wenn es jetzt das runterbricht, was er anstrebt auf die juristische Ebene, glaube ich, da sind wir noch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr weit entfernt. Wir haben in der realen Arbeitswelt, wie gesagt, ganz andere Themen, die wir, glaube ich, zuerst mal lösen könnten, müssten, bevor wir uns auf diese Ebene begeben können. Wir dürfen eines nicht vergessen, wir sitzen hier in Wien, in Österreich, wir sind aber in einem europäischen Rahmen und in diesem europäischen Rahmen gibt es gewisse, das Arbeitsrecht ist zwar nicht harmonisiert, aber es gibt Vorgaben hinsichtlich Arbeitszeit, da gibt es Richtlinien, es gibt bestimmte Schutzrichtlinien, die sozusagen das alles definieren. Und wenn man New Work wirklich so denken wollte, wie der Herr Bergmann, dann müsste man ja die fundamentalsten Grundsätze im Arbeitsrecht ändern. Weil anders wird es nicht gehen, meiner Meinung nach. Solange man vier Kollektivvertragssysteme haben, hier Arbeitszeiten haben, das ist nicht vereinbar. Also wie gesagt, ich habe jetzt einen Crashkurs in 30 Minuten im parallelen Chat lesen gemacht, was den Herrn Bergmann betrifft. Aber ich fürchte, wir haben ja, Martin Rieser hat zum Beispiel auch, glaube ich, war den Begriff Arbeitsrecht 4.0 geprägt und wir haben mit dem Professor Brodel von der Universität Wien, Arbeitsrechtsprofessor, schon vor vier, fünf Jahren am Juridikum eine Veranstaltung gemacht, entgrenzte Arbeit. Dieser Begriff ist ja auch gefallen. Und wir Arbeitsrechte haben immer das Problem oder einfach das Faktum zu vergegenwärtigen, dass diese Systeme in der Theorie toll sind, nur sie stoßen eben an ihre Grenzen. Ich habe europarechtlich einen Rahmen in der Arbeitszeit erst vorgegeben. Den kann ich nicht durchbrechen. Ich habe zu einem Österreichchen sehr ausgereizt durch die Novelle, die der Rolf Gleisner vorangesprochen hat, aber den gibt es halt einfach. Und das sind viele einzelne Themen, die das Arbeitsrecht ausmachen, die aber auch, muss man ehrlich sagen, Arbeit geben und Arbeitnehmer eine gewisse Sicherheit geben. Wir haben ein berechenbares System. Wir haben einen sozialen Frieden in unserem Land. Also ich glaube, das ist jetzt schon sehr philosophisch. Dabei gehe ich mich schon auf ein fremdes Theorie, wo ich mich eigentlich nicht sagen sollte. Aber ich glaube, wenn man hier so denkt, New Work, dann müssen wir ganz andere Diskussionen führen. Al-Frost, du hattest dich gemeldet. Ich wollte nur kurz, so spannend ich die Diskussionen am Chat auch finde, aber ich wollte vielleicht einladen dazu, dass wir dieses Pendler vielleicht dazu nutzen, die Perspektiven der Anwesenden zu nutzen und ein bisschen eine weichere Begriffsdefinition durchgehen zu lassen. Mag sein, dass jemand etwas klassisches A, B oder C, MacGregor oder wie auch immer definiert hat, aber mich würde ja sehr interessieren, Ihre Meinung und dazu vielleicht die Einladung der Teilnehmer, sich einmal das anzuhören, was wir hier von den Anwesenden hören und die Perspektiven und deren Realitätskonstruktion, wenn ich es systematisch ausdrücken darf. Das war es schon. Danke. Ja, dann gehen wir doch auch in die Diskussionsrunde. Wolfgang? Ich bin schon da. Hört man mich, bitte? Ja. Hört man mich. Gut. Ich habe mir den Vortrag, beziehungsweise die Diskussion des Podiums sehr eingehend angehört. Ich selbst komme aus über 30 Jahren Personalrechte und Personalwesen der Sozialversicherung und war da immer ganz intensiv mit all diesen rechtlichen Rahmenbedingungen beschäftigt, aber natürlich auch mit den Weitfaktoren, Entwicklungsfaktoren und anderen Dingen mehr. Sowohl in der Innensicht wie in der Außensicht. Wenn ich die Diskussion so hernehme, jetzt unter dem Titel New Work Gesellschaftspolitische Entwicklungen, wie wir das Thema für heute angesetzt haben, dann kommt mir etwas oder ist mir etwas aufgefallen. Wir bringen gegenwärtig verschiedene Einflussgrößen, die uns zu diesem Thema eigentlich bringen, zu diesem Homeoffice-Paket bringen, die bringen wir jetzt durcheinander. Das eine ist die Pandemie, eine der Not- und nicht im Triebe gehorchende Maßnahme, um unsere Produktion, unseren Arbeitslauf, unsere Wirtschaftswesen aufrechtzuerhalten. Das zweite ist der Einfluss durch die Digitalisierung. Das dritte aber ist der ökonomische Wandel generell, der einen anderen gesellschaftspolitischen Sinn vorsieht in dem Begriff Arbeit. Wir haben das schon einmal, soweit Sie sich alle miteinander erinnern, die Älteren unter Ihnen, zumindest Herr Dr. Greisner-Weise-Sicher und Herr Korunka auch, in Active Aging, im Sozialpartnerschaftsprojekt Active Aging Ende der 90er, um die 2000 und aber auch gleichzeitig das Bildungsreformprojekt damit verbunden, sehr, sehr intensiv durchdiskutiert. Leider Gottes wurde vieles, vieles von dem, was wir damals gemacht haben, nicht weiter verfolgt. Wichtig erscheint mir eines, arbeitsrechtlich müssten wir, und da schließe ich jetzt an Herrn Dr. Küthäubel an, sollten wir stärker strukturieren. Wir sollten unsere arbeitsrechtsgesetzlichen Sachen nicht in irgendwelche Misskübeln verstauen, sondern die Prinzipien und die Eckpfeiler stärker hervorheben und profilieren, sodass diese Gesetzmäßigkeiten auch durchschlagen, richtiggehend und Klarheit schaffen für Betriebsvereinbarungen, um Flexibilität sicherzustellen. Flexibilität und Mobilität ist abhängig von den einzelnen Wirtschaftsbranchen, Tätigkeiten, Tätigkeitsbereichen, die ich habe. Manche kann ich alloziieren, manche werde ich nur lokal durchführen können. Das hat ja auch schon die Frau Mag. Schitter in ihrem Einleitungsreferat gesagt, wie schaut es denn in der produzierenden Industrie mit den Robotern unter Beaufsichtigung beziehungsweise der digitalen Steuerung von Produktionsmechanismen heraus. Es erscheint mir wichtig, dass wir einmal die Prinzipien herausarbeiten, sagen, was haben wir, was können wir in dem, was wir haben, besser machen und wie können wir hier eine höhere Anpassungsfähigkeit erzielen. Der zweite Punkt, der mir aber wesentlich erscheint, ist, und das führt mich jetzt zurück zu New Work oder entkränktes Arbeiten, wie der Herr Dr. Karunka das eingeführt hat als Bericht, erscheint mir wesentlich eine Utopie aufzubauen. Wie schaut die Welt von morgen wirklich aus? Wie wollen wir den Menschen die Möglichkeit geben, Sinnstiftung von sich aus in der Arbeit zu finden und gleichzeitig ökonomische Modelle voranzutreiben? Es geht um dieses Gleichgewicht Ökonomie, Ökologie und Soziales. Darüber nachzudenken und offen zu fragen, glaube ich, das wäre sinnvoll. Also zuerst einmal die Klärung und Abklärung struktureller Natur und Bereinigungsnatur, das ist auf rechtlicher organisatorischer Ebene und anderen Dingen mehr wichtig und notwendig, um Klarheit und Sicherheit zu schaffen. Das ist meine Sicht der Dinge und dann würde ich mich einer Utopie widmen, um de facto zu sagen, gehen wir bitte doch in eine andere Richtung, denn wir haben sehr viele Menschen und diese Menschen sind unterschiedlich strukturiert, manche sind selbstständig eigenverantwortlich denken, manche brauchen die Führung, Manu, an der Hand führen und wie führen wir diese Leute in eine neue Arbeitswelt, dass sie auch den Sinn für sich in der neuen Arbeit entdecken, entschuldigen für das Co-Referat. Zieh mich wieder zurück, danke für die Aufmerksamkeit. Danke dir, Wolfgang. Sicherlich ein sehr wichtiger Punkt, wie führen wir die Leute in die neue Arbeitswelt, was braucht es dazu noch? Letztendlich, Wolfgang, du hattest uns das auch angesprochen, es braucht sicherlich die Soft Facts auf der anderen Seite, aber auch die Regelungen, wir haben jetzt viel über das Homeoffice-Gesetz gesprochen, aber auch da meine Frage, was braucht es auch auf rechtlicher Ebene noch? Das Homeoffice-Gesetz haben wir gesagt, ja, darfst du, eigentlich nicht, aber ausnahmsweise, weil du es bist. Danke, Anja. Für mich ist sehr, sehr wichtig, dass wir in dem Regelungssumpf deregulieren. Wir sind überreguliert, in vielen Bereichen redundant sogar reguliert. Wir haben vergessen, die wichtigsten und wesentlichsten Prinzipien hier richtig herauszuarbeiten, abgesehen davon, wie Dr. Kütteupel schon angesprochen hat, dass verschiedene Regelungsmechanismen gar nicht ins Arbeitsrecht hineingehören, sondern ins ABGB, ins Zivilrecht hineingehören und dort eigentlich festgelegt werden müssen. Aber das ist jetzt eine rechtssystematische Angelegenheit. Aber wenn es uns gelingt, diese rechtlichen Prinzipien klar und deutlich zu vereinfachen und durchgängig zu machen, dann ist es nicht das Problem, dass wir auf der Betriebsvereinbarungsebene de facto über Anpassungen betrieblicher Natur diskutieren können. Dann sind wir auch mit unseren heutigen Strukturen, wenn wir darüber nachdenken, imstande mobil und flexibel uns anzupassen. Das ist möglich. Es ist noch nicht das Gelbe von Ein, Arbeit ist möglich. Da wären beide, glaube ich, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr glücklich. Nur, wir haben durch verschiedene historisch gewachsene Entwicklungen des Arbeitsrechtes in Österreich haben wir viele Dinge an die Wand gefahren und die Systematik, die wir eigentlich hatten, aus unterschiedlichsten Zielspunkten heraus verbessert, verwaschen und verwachsen und das bringt heute nicht einmal den Rechtsanwälten werdet. Entschuldigung. Danke dir, Wolfgang. Vielleicht können wir das auch als spannende Abschlussrunde nehmen, eben darauf zu antworten, was der Wolfgang Keck uns da mitgegeben hat. Ist es so, was braucht es noch in rechtlicher, aber auch sicherlich in anderen Gesichtspunkten damit wirklich New Work umgesetzt werden kann. Herr Solak, fangen wir vielleicht bei Ihnen an. Danke. Ich bin zwar kein Jurist, wir haben da profundere Kenner der Materie, sehr viele Juristen auch im Panel, möchte aber trotzdem mit einem juristischen Vergleich beginnen. Im Aktiengesetz steht, glaube ich, in § 74, wenn ich mich nicht ganz täusche, wie eine Aktiengesellschaft zu führen ist, nämlich der Vorstand möge das Unternehmen führen im Interesse des Unternehmens, klar, ist so, aber gleichzeitig auch im Sinne oder im Interesse der Arbeitnehmerinnen und im Interesse der Öffentlichkeit. Wenn ich das jetzt umlege und mal weggehe von der gesetzlichen Ebene und wenn ich das umlege auf New Work oder den digitalen Wandel als solches, dann würde ich mich freuen und dann bin ich bei der Utopie beim Herrn Keck, dann würde ich mich freuen, wenn man auch dieses Thema ausgewogen sieht und ausgewogen behandelt, nämlich zum Interesse der Wirtschaft einerseits, zum Interesse der Menschen, der arbeitenden Bevölkerung, aber gleichzeitig auch im Interesse der Gesellschaft. Das ist natürlich immer schwierig, da eine Balance zu finden. Es gibt immer wieder Gruppen, die stärkere Positionen durchsetzen können als andere, aber wenn man über Utopien spricht oder Visionen oder ein Wunschdenken, dann würde ich mir wünschen, dass die Entwicklung auch Richtung New Work, die Entwicklung des digitalen Wandels insofern gestaltet wird, dass alle Stakeholder ausreichend berücksichtigt werden. Das ist natürlich ein Wunschdenken, da wird es viele Diskussionen brauchen, um dort hinzukommen, aber solche Diskussionen wie wir hier heute können helfen dabei, dass es nicht einfacher wird, ist klar, dass es immer wieder auch Gruppen gibt, die sich benachteiligt fühlen, das wird wohl so sein, aber und dann komme ich mal jetzt zum Bergmann, ich habe ihn zwar noch nicht gelesen, werde das aber nach der heutigen Session und nach der heutigen Einladung natürlich nachholen, damit ich auch zukünftig da besser mitdiskutieren kann, aber ich glaube, wenn alle Beteiligten ein bisschen einen Schritt zurückgehen und versuchen Kompromisse zu finden, kann man auch den digitalen Wandel durchaus auch nutzbar für alle Gesellschaftsformen machen und dass es viel zu ändern braucht, das ist glaube ich klar und das Arbeitsrecht ist einer der großen Trocken, die man vielleicht angreifen müsste, weil die Juristen, wie wir uns wissen, das stammt irgendwann aus den 70ern und die Zeit hat uns überholt, ich glaube, da gibt es vieles anzupassen. Dankeschön, Herr Gleisner, darf ich Sie bitten? Ja, gern, das waren jetzt sehr viele Bälle in der Luft, die wir auffangen sollten, also zunächst einmal bin ich ein Jurist, glaube aber trotzdem nicht daran, dass man Glück oder auch Sinn herbeiregulieren kann, ja, da gibt es kein Glücksgesetz, das wir jetzt entwickeln können und dann sind alle happy und in der Welt von der New World angekommen, das geht glaube ich nicht, ganz im Gegenteil, ich bin immer irgendwie so skeptisch aus historischen, wie soll ich sagen, Erfahrungen heraus, wenn jemand von Utopien spricht oder Experimente wagt mit so was Wichtigem wie unserer Volkswirtschaft oder auch dem Sozialstaat, ich glaube aber, dass gute Rahmenbedingungen die Ziele, die New World verfolgt, begünstigen, ich habe das schon eingangs gesagt, dass wenn der Arbeitsmarkt mir als Mitarbeiter oder als Mensch die Möglichkeit gibt zu wählen zwischen verschiedenen Jobs, dann kann ich mir den aussuchen, der meinen Wünschen am ehesten entspricht, der vielleicht die Sinnfrage klärt, der mir das höchste Einkommen verschafft, ich habe grundsätzlich diese Freiheit und das ist gut, dass die Marktwirtschaft das verschafft. Die Marktwirtschaft ist, glaube ich, ein System, das Unternehmen zur Produktivität zwingt und das im Ergebnis dann recht hohe Einkommen auch hervorruft. Auch das schafft Freiraum für Mitarbeiter und Wahlmöglichkeiten und kommt, glaube ich, den Zielen von New Work entgegen. Wenn der Herr Keck gesagt hat, wir sind überreguliert, dann werde ich als Vertreter der Wirtschaft nicht widersprechen. Ja, ein Unternehmer muss, wir haben einen Kodex, aber ein Unternehmer muss 20 solche Kodexes befolgen, ist aber kein Jurist. Ich sage immer, wenn einer wüsste, was er alles befolgen muss, wird er Kopf weg kriegen und wahrscheinlich nicht Unternehmer werden. Auf der anderen Seite leben wir in einer komplexen Welt und können nicht so einfach Regeln über Bord werfen. Aber ich glaube, dass mit dem Homeoffice-Gesetz, das viele Erwartungen enttäuscht hat, eine schlanke Regelung gefunden wurde und keine Überregulierung und zusätzliche Rechtssicherheit werden wir nächste Woche schaffen, weil da haben dann die Sozialpartner eine Mustervereinbarung für die Betriebe und für Betriebsvereinbarung, für Einzelvereinbarung, die man dann auch zur Umsetzung anwenden kann. Also noch einmal abschließend, ich glaube, dass unser Streben, gute Rahmenbedingungen für Unternehmen und Mitarbeiter zu schaffen, letztlich allen entgegenkommt, auch vielleicht diese Wünsche indirekt erfüllt. Ich bin sehr skeptisch, wenn es darum geht, jetzt im direkten Weg irgendwas herbeizuregeln. Letztes Wort noch, ich will es nicht so breit machen, wir haben die unterschiedlichen Trends, Digitalisierung, wir haben Internationalisierung, Mobilität, wir haben auch hier natürlich einen Regelungsbedarf, was ist, wenn einer in Südtirol sitzt, mein dislozierter Mitarbeiter, und mir zuarbeitet, was gilt dann im Steuerrecht oder im Sozialversicherungsrecht oder im Arbeitsrecht, da haben die Juristen eh noch einige Hausaufgaben zu erfüllen, das ist auch ein Megatrend, die Internationalisierung, ein Megatrend ist auch die Alterung, ja hier geht es für uns auch letztlich darum, dass wir es schaffen, auch mehr Menschen ins Erwerbsleben zu bringen, da geht es nicht nur um Zuwanderung, da geht es auch um Qualifizierung, um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um länger arbeiten und zwar gesund arbeiten und um die entsprechenden Regeln am Arbeitsmarkt. Also ich will es jetzt nicht zu breit machen, ich will nur sagen, dass wir an diesen Themen arbeiten und dass die entscheidenden Akteure hier sehr wohl vertreten sind, weil wir natürlich praktisch jedes Thema gemeinsam mit Sozialpartnern und mit der Regierung bearbeiten. Danke. Dankeschön. Herr Kütäube, darf ich Sie um ein Schlussstatement bitten? Ich habe die Wortmeldung auch sehr interessant gefunden, habe auch jetzt im Chat eine sehr interessante Wortmeldung Wortmeldung gelesen von der Frau Stohr und würde gerne da auch Stellung nehmen. Zuerst zu diesem wirklich wichtigen Punkt, dass die Arbeitnehmer ja unterschiedlich ticken. Wir haben Arbeitnehmer mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die Karriere machen wollen, die Geld wie Häu verdienen wollen, die sich verwirklichen wollen. Es gibt wirklich Unterschiede, die die Führung wollen, durch die Manoduktion, wie es so schön gesagt wurde. Das versuchte das Arbeitsrecht dadurch zu berücksichtigen, dass es sozusagen den Arbeitnehmer definiert als jemanden, der unter einer Weisungsgebundenheit als wirtschaftlich schwächere Partei eines zivilrechtlichen Vertrages agiert und ich muss ihn schützen, in einer gewissen Weise. Und weil hier die Frau Stromer gesagt hat, wir stecken da teilweise in der Haltung des Industriezeitsalters mit Stempeln und weisungsgebundenen Arbeiterinnen fest. Ja, das stimmt, das ist aber auch so. Der Arbeitnehmer ist halt der wirtschaftliche Unterlegene und das sage ich als Arbeitgebervertreter. Das ist so und dann ist es absolut sinnvoll, dass der auch geschützt wird. Da kann man natürlich immer dann streiten, Rolf, und der soll über die Grenze, wie weit das gehen soll, da werden sie unterschiedliche Ansichten haben. Das ist ja auch das Spannende, warum wir alle so gern Arbeitsrecht machen, nicht Verschmelzungen im Unternehmensrecht. Aber das ist einmal der Grundgedanke, ist, glaube ich, eine Illusion zu sagen, dass ich Arbeit so organisieren kann, dass Arbeitnehmer völlig frei, ohne Grenzen arbeiten könnte. Das wird meiner Meinung nach nicht spielen in dieser Welt. Das ist, glaube ich, das wäre ein tolles Ziel, aber das wird es nicht, meines Erachtens, da bin ich vielleicht zu sehr realist, das ist nicht erreichbar. Weil eben einer, der hat das Geld, der das Unternehmen, der andere hat das Unternehmen und das Geld eben nicht. Und ich habe das zum Beispiel mal durchdiskutiert beim Thema Arbeitszeit, weil das ja auch einmal fällt. Wir haben ja ein Arbeitszeitgesetz, das für alle Branchen gleich gilt mit einer Höchstarbeitszeit, mit Flexibilisierungsmöglichkeiten, in sich Gleichzeit, Durchrechnung. Ich habe mir mal das Video überlegt, na was wäre, wenn wir unterschiedliche Arbeitszeitgesetze für unterschiedliche Branchen machen würden? Also für die Kreativbranche, da kann man flexibel regeln, wie man will. Für den klassischen Blue-Color-Worker gibt es eher starre Regeln, weil der hat halt seine genaue Schicht und so weiter und so fort. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz vielleicht, wo man mal in eine Richtung denken könnte, aber da, glaube ich, sind wir in Österreich, solange es sozusagen Kollektivverträge gibt, ist das nicht realisierbar, weil sozusagen hier eine politische, einfach ein faktisches politisches Verhältnis besteht, wo der Gesetzgeber sagt, in Österreich, ich will nur einen gewissen Rahmen hergeben und die Kollektivvertragsparteien können dann flexibilisieren innerhalb dieses Rahmens. Also das müsste man, selbst diese Frage schon, müsste man radikal das gesamte Rechtssystem, unser gesamtes gesellschaftspolitisches System umdenken. Daher, ich will alle die Diskutanten mit den Herren Wortmännern deswegen toll gefunden, aber das ist, leider muss ich sagen, glaube ich, wird das so nicht realisierbar sein in unserem Rechtssystem. Da müsste man wirklich von Grund auf alles überdenken. Danke schön. Frau Schitter. Ja, danke sehr. Ich glaube auch, also es ist sehr gut in der Diskussion herausgekommen, wenn man sich diesem ganz großen Konzept von New Work sozusagen, wie Bergmann das gedacht hat oder wie es zumindest von einem Großteil des Publikums sozusagen auch verstanden wird, ist, ist ein ganz, ganz radikaler Ansatz, der mit dem bestehenden System schwer in Einklang zu bringen ist. Ich würde deswegen lieber gern noch einmal beim bestehenden System ansetzen und sozusagen beginnen, hier weiter zu entwickeln, weil wir das sozusagen kurzerhand sozusagen auch für sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten der naheliegende Ansätze ist, weil wir wollen ja aktuell die Situation bewerten und weiterentwickeln. Und ich glaube, da gilt es auch zum Abschluss noch einmal festzuhalten, es ist einfach eine ganz, ganz bunte Welt, in der wir leben und sie wird tendenziell aufgrund der Trends, Digitalisierung, Globalisierung, der stärkeren Vernetzung einfach noch diverser werden. Also ich habe den Eindruck, dass sozusagen wir einfach uns mit einer Vielfalt beschäftigen müssen und ich sehe das nicht negativ, sondern durchaus positiv. Insofern würde ich ganz gerne auch zum Abschluss noch einmal den Appell richten, auch das Gesetz, so wie man es verstehen kann und glaube ich, was auch der Ausgangspunkt war im Arbeitsrecht zu verstehen, als einen Rahmen, als eben genau diese, auch wenn Herr Soller gemeint hat, er ist da alleine im Raum, das sehe ich gar nicht so, das wird gesagt, es soll einen gewissen Mindestschutz geben, Mindestkriterien geben, aber ich glaube, es müssen eben auch diese Mindestansätze sein und es ist aus gutem Grund in Österreich das System, das man sagt und die nähere Ausgestaltung soll dann im Arbeitsleben selbst erfolgen, sei es jetzt in Form von Kollektivverträgen, sei es jetzt auf anderen Ebenen, sei es einzelvertraglich. Ich glaube, das hat etwas für sich und gerade in einer Welt, wo wir jetzt doch versuchen, individualisierter zu werden, hat das durchaus auch Vorteile und nicht nur Nachteile. Ich möchte aber nicht, wie gesagt, dem gesetzlichen Rahmen etwas Negatives absprechen, aber ich glaube, man darf ihn nicht überfordern, sondern er soll Grundrahmabhängen schaffen, der Rest soll den anderen Vertragsparteien obliegen. Das Zweite, was ich vielleicht zum Abschluss noch sagen möchte, noch das ist, glaube ich, jetzt keine Neuheit, aber gilt es noch einmal zu betonen, natürlich sind wir mit diesen neuen Herausforderungen, neuen Trends und gerade mit diesen virtuellen Arbeiten sehr gefordert, auch unseren eigenen Führungsstil, aber auch unseren eigenen Kommunikationsstil in alle Richtungen. Das betrifft sowohl die Beschäftigten als auch sozusagen die Führungsebene zu ändern und das ist sicher ein Lernprozess, den wir sozusagen fortsetzen müssen und wo ich aber schon sehr wohl glaube, dass wir uns aktiv damit beschäftigen müssen, aber wo wir auch versuchen sollten, schon die nächste Generation in den Schulen noch stärker zu empowern und versuchen heranzuführen, damit diese schon Kompetenzen haben, um mit diesen ganzen Phänomenen besser umzugehen, als wir die jetzt sozusagen aktiv lernen. Dankeschön. Vielen Dank und zuletzt Herr Korunka, darf ich Sie noch um ein Schlusswort stellen? Ja, gerne. Das das eine ist, ich teile nicht den Pessimismus von denen, die ich da im Chat auch so verfolge, weil das auch ganz spannend finde eigentlich. Also ich glaube, es gibt viele Befunde die einfach zeigen, die Arbeit ist nicht schlechter geworden. Sinn war schon immer ein Kriterium, es gibt Studien über die Jahrzehnte, Arbeitszufriedenheit und so weiter. Also der Pessimismus ist unbegründet. Gute Arbeit ist gute Arbeit, wenn sie gute Arbeit ist, im Sinne von Sinnhaftigkeit, Vertrauen und all diesen Dingen, die wir besprochen haben. Und das wird auch für die Zukunft so sein, würde ich meinen. Das ist noch einmal dieser Appell, sich an sich Kriterien zu orientieren, wie eben Sinnhaftigkeit, aber die findet man in vielen Formen. Das braucht man nicht New Work nennen. Ich teile aber auch das Unbehagen derer im Chat, dass es eine faszinierende Diskussion war, wo wir faszinierend am Thema vorbeigesprochen haben. Wir haben weder miteinander gesprochen, wir haben irgendwie versucht, mit Recht die Sinnfrage zu klären und ich denke, das geht alles nicht. Also das war ein Beispiel, wie wir einfach da nicht hinkommen. Diese Unzufriedenheit möchte ich am Ende noch einmal äußern, weil ich glaube einfach, man kann über die Arbeit als Sache sprechen, man kann über Trends sprechen, man muss die auch begrenzen, sonst wird es beliebig und das Recht ist aus meiner Sicht quasi, das stellt einen Rahmen dar, aber das kann uns nicht retten, das funktioniert so einfach nicht, das kann uns absichern in gewisser Weise, aber in dieser Verbindung ist das eine fruchtlose Diskussion. Sorry. Danke schön. Dann würde ich jetzt noch mal die Runde eröffnen und bitte um Fragen und Diskussionspunkte. Danke. 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 Danke.